Musik Das ist vielleicht so, ja. Das würde auch gehen. Gucken, ich kann mir ja mal was einfallen lassen. Hallo? Hallo? Ja, sorry, musst du noch kurz reden, auf jeden Fall. Hat ein bisschen länger gedauert. Du musst irgendwas an deine Einstellung ändern. Warum? Weil ich jetzt weiß, woher meine Stimme manchmal kommt. Und ich hör dich auf deinem Mikro. Dann weiß ich nicht, warum. Ich hab ja nichts verändert, oder? Ja. Das ist doch das, was wir manchmal meinten. Was auch bei... Oh, stopp mal schnell. Bei Herr da reingeschwimmen, was das gewesen ist. Okay. Ich hör mich bei dir selber. Je nachdem, wie laut ich rede. Hm. Ein Video von Frosius und Borat Kostüm, der dir eine Versicherung verkaufen möchte. Das wäre auch ne Idee. Das wäre auch ne Idee. Es ging grad darum, dass ich so Pausewerbung brauche, meinte Frosius. Hab ich nur gesagt, machen die Katzenwerbung, nehme ich einfach ein Video von der Katzen auf. Ja, warum nicht? Oder, wie gesagt, ein Video von Frosius und Borat Kostüm. Dann kommst du noch mit dazu und dann passt das. Äh, nein. Äh, doch. Nein, nein. Das kann Frosius nicht machen. Das steht eben besser wie mir. Nein, nein. Siegamil? Nein, nein. Danke, Frosius für 100 Bils. Ich will auch ne blutige Je sein. Nein, willst du nicht? Das ist dieselbe Person, mit der wir eben gespielt haben. Irgend dieser Rätsel. Mhm. Dieselbe Person, ey. Wie du zu dritt. Die drei im Borat-Kostüm. Das wäre eine Idee. Wie, du auch im Borat-Kostüm? Nee, nee. Ich nicht. Ach so. Ich bin ja kein Mann-Mann-Mann-Mann-Mann-Mann. Mann-Mann-Mann-Mann-Mann-Mann-Mann-Mann-Mann-Mann-Mann. So, jetzt gewinnen wir. Auf jeden Fall. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Ich auch. Das glaubst du ja wohl selber nicht. Ich auch. Ach so. In der Tat glaube ich das. So. Ja. 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 freust du dich denn so nicht ich bin nun mal wieder während das mümeln hier das hört man wohl ich bin hier das kann man da hinten ja aber er ist in die endrichtung weg ok ich wollte jetzt ganz viel mehr nach der luke suchen aber geht ja nicht auch so nicht wir gewinnen doch diesmal ja indem ich die luke komme alleine kommt ja da nicht den rennen weg Lugos Davos. Oh nein, nein. Oh, Retz wird geschnappt. Oh nein, Retz kommt in meine Richtung. Mit Nemi. Nemi. Ich glaube nicht, dass er den Spitznamen besonders schön finden würde. Das macht ihn vielleicht nur noch wütender. Nein, nein. Nemi findet er toll. Meinst du? Ich bin mir da nicht sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Alter. Ich geh jetzt ins Spind. Die verfolgen mich. Lauf. Das ist Wahnsinns. Nee, aber das ist Unsinns. So, aber noch nicht benutzen. Da kommt es zu mir, Madame. Das hast du auch mal gemerkt. Das war knapp. Oh, hi. Ob das so schlau ist, dass ich gerade im Keller gerannt bin? Ich glaube nicht. Oh, ich will mal wieder keinen verlobten Kinder. Ich hasse diese. Huch. Ich finde schon welcher. Der Killer ist immer in der Nähe. Oh, balla. Wird. Ja, ich finde mal irgendwie hier gar nichts. Zina, nein. Oh, das gibt's doch. Ach da. Oh. Da hinten. Zombie. Zombie. Das ist Zombie-chen. Oh, scheiße. Zombie-chen, du Bienchen. Mh, damit das ist... Taub. Ja. Taub und blieb zugleich. Oh, Mann. Der geht mir so langsam aber richtig, richtig auf die Nerven. Was haben wir hier noch? Nee. Super. Oh, Gott. Ist das bei dir, oder was? Nee, Zombie. Ach so. Warum schreitst du denn dann? Oh, Gott. Komm schon. Komm schon. Oh. Hallo, Zombie. Hier ist ein Generator. Die ist mir aber so ein bisschen zu public. Ein bisschen zu was? Public. Ah. Ich rede nicht so unbedingt auf public viewing hier. Nicht? Nee. Verstehe ich gar nicht. Für den Generator. Ich weiß nicht, wo. Ah, da bist du. Ah, da. Ach, da hinten. Ja, da sind wir safe. Sicher. Meinst du? Ja, ja. Komm, ich weiß noch, wo einer ist. Sofern er dann nicht da jetzt als Lesens hinrennt. Da. Wollen wir dann lernen, dem Pyramid dir nicht hilft? 10 Haar. Oh. Oh. Oh, wir können es jetzt vielleicht echt schaffen. Siehste? Es bewahrheitet sich, was ich gesagt habe. Warte. Ich hoffe, es ist der Ausgang nicht aufgegangen. Ich hoffe, es ist der Ausgang nicht aufgegangen. Ich bin dabei. Ich auch. Du warst eben hinter mir. Ja, ja. Ja, ja. Aber ich dachte, du rettest die Pyramide. Nee, ich dachte, du rettest die Pyramide. Weil du das erzählst. Ich. Hat das dir klar? Ich kann es versuchen, aber... Was wollen wir jetzt zum Ausgang kommen? Retz rette ich nicht! Retz hat mich vorhin in die Pfanne gehauen. Naja, hat sie schon wieder. Bring nichts. Ich stehe hier in meinem Ausgang. Hm. Sie hängt aber auch zu weit von mir entfernt. Ich hab's auch mal ganz abgesehen. Ich hab's auch mal ganz abgesehen. Ich will das mal vorher sagen, da gewinnen wir immer. Nee, so klappt es doch leider nicht. Das ist dann natürlich bindend, das weißt du, ne? Ja, aber so klappt es doch leider nicht. Nicht? Nee. Leider nicht. Leiiiider nicht. Leider nicht. Leider nicht. Leider nicht. Leider nicht. Leider nicht. Ich hab sogar meinen ollen Schlüssel behalten. Ja. Ich weiß auch nicht, wofür der gut ist, aber ich hab auf jeden Fall einen. Ach doch, ne, wer hätte denn da mal nachgekommen? Ich hab auf jeden Fall mal nachgeguckt, aber ich weiß es nicht mehr. Ja, ich kann auch sagen, dass sie mir das mal erzählt hat. Aber ich hab schon wieder vergessen, also schon fast. Du kannst sowieso nichts merken. Was? Hm? Wie bitte? Hm. So. Hm. 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 Naja. Ist ne Tatsache, nicht böse gemeint. Ne, ich weiß, ich vergesse alles. Aber das macht nichts. Kommt drauf an. Oh, was? Hm. 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 Ich kann meinen Schlüssel ja tatsächlich noch ausrüsten, also verstärken mit den Zusätzen. Jetzt hab ich einen Hightech-Schlüssel. Wird da auch nicht das Leben retten. Also jetzt gewinnen wir wieder nicht. Ne. Wolltest du mir damit sagen? Ja. Ja. Ja, solang es nicht mich als erstes erwischt, ist mir das eigentlich Bombe. Doch, ich erwisch das als erstes. Warum hast du mich eigentlich so? Was hab ich dir getan? Du hast ja einen Frischhaus dran gemacht. Ich find das... Ich find das... Ich find das... Wann das denn bitte? Schon immer. Was? Was? Was laberst du? Ja, viel wenn der Tag lang ist. Ja, ja. Ja. Offentlich unsichtlich. Wo du sagst, geil. Ja, denn... Hehehe. Was? Was denn? Hm? Hm. Hm. Wegen deiner Hexenlache. Ach, das war doch keine Hexenlache. Scheiße. Hm? Ich wollte grad was bei Whatsapp schreiben und hab jetzt irgendwie nur Müll zusammengeschrieben. Also wie immer. Ich wollte grad sagen. Ist doch nichts Neues. Ja, aber wirklich nur Müll. Ja. Ist ja nichts Neues. Schreibst du immer. Ja, ich meine wirklich nur Müll. Ja. Ja. Immer noch nichts Neues. Er hat nichts an der Tatsache. Ja, ja, ja. Guck mal, jetzt hier Concentration. Ich darf nicht als erstes geschnappt werden. Jeder andere ist mir egal. Hallo, rennst du nicht immer gleich wieder weg? Das mach ich eigentlich relativ bewusst, damit sich der Regner erstmal auskotzt. Ja, aber renn doch in den Killer. Nee. Ey, hallo. Hi, wie geht's? Boah, das ist... Manchmal... Haben wir's dann jetzt? Boah, ich brauche unbedingt mehr Arbeitssprecher, ey. Das hilft dir auch nicht. Natürlich. In der Grafikkarte liegt's nicht. So war das nicht gemeint. Ach so. Ach so. Jetzt verstehe ich ja. Grob. Ja. Danke. Deine Leitung ist nicht gerade lang. Ja. Ich vergesse alles. Die Leitung ist lang. Ich kann meine Beine nicht mehr hören. Alles, alles fast. Ich wollte gerade sagen, einäugig bin ich auch, aber das war ja nicht ich. Noch nicht. Lass dich schon erinnern. Scheiße, sorry. Du... Na, nicht böse werden, Fräulein. Ich hätte gerade was auf der Zunge. Das darf ich aber nicht sagen. Mach mal ruhig. Du kriegst einen Strike. Verdien dafür. Du kannst mir gar keinen Strike geben. Ich weiß, was du sagen wolltest. Du kannst mir aber gar keinen Strike geben. Hier, renn mal in den Zombie ran, der hier ist. Ich red hier auch nicht von mir. Generator fertig. Ein Zombie im Kornfeld. Ist es wieder Nemesis oder haben wir jetzt mal wieder jemand anderen? Nee, das ist wieder. Ja, stimmt. Ey, Nemesis, wir hatten nen Deal. Nicht ich zuerst. Oh, hat er nicht? Nein, wie kommst du denn da rauf? Das freut mich. Danke. Gerne. Generator im Kornfeld. Ich bin selber verkackt. Oh, seit wann können die die Dinger denn mit einer, mit einem Schlag kaputt machen, ey? Äh, das kann Nemesis, wenn er seiner, äh, ich glaub Stufe 2 oder Stufe 3 ist das seiner Attacke. Komm, das lässt du mich nicht mal hier rüberspringen, ey. Damit keiner, wenn er Zombies tötet, kann er diese Attacke aufladen und dann keiner verletzt mit einem Schlag erledigen. Okay. Ich weiß noch nicht, bei welcher Stufe das ist. Vielleicht Stufe 1 nicht. Upsa. Ähm, kann es sein, dass du leakst? Ne, wieso? Ich werd auch getragen. Ja, aber kann es sein, dass er dich hat? Nein! Mich trägt jemand anderes. Kann es sein, dass du im Keller hängst? Nein, du kommst doch auf ein bisschen mit Anderes. Es hängt aber kein anderer. Äh, ja das ist ein Fehler im Spiel, das ist ja hier Testbild, also das ist ja ne, also ne Beta. Da wird das nicht immer alles so? Ah, da muss sie sich also nicht retten, ja? Äh, 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 äh. Oh. Ich hab mich grad selber aufgehangen, jetzt kannst du mich retten. Ja, komm. Und warum hast du dich denn selbst aufgehangen? Ich wollte mal wissen, wie das ist, wenn man das selber macht. Und wie bist du da hochgekommen? Äh, ich bin groß. Nein, bist du nicht. Wo ist die? Doch ist die? Ist er bei dir in der Nähe? Nein. Aber es kommt glaub ich schon jemand. Ja, ich? Nee. Irgendeiner der Leons hat mich gerettet. Ah, okay. Wer ist das Leon? Ja, doch. Wenn nämlich auch direkt am Haus. Die Frage ist jetzt, So, wie geht das Haus? Oh, da hinten ist er. Wo? In der Nähe vom Haus. Mit einem der Generatoren. Danke, Kollege. Oh, Zombie. Oh nein. Oh nein. Was war das denn? Der zweite fährt da auf. Ausflug. Oh, lädt nicht. War da falsch. Der manipulierte Generator. Lauf nicht zu dem Generator. Lauf zu dem Generator. Oh. Oh, hallo Zombie. Nett. Das ist der Keller. Oh, tote. Lauf. Lauf. Wo bist du denn? Im Haus. Okay. Oh, hallo Zombie. Versuch sie mal zu retten. Wenn du ihn dann mal im Spind. Kann der Zombie Spinde öffnen? Ah, ne. Ich glaube nicht. Ne. Er hat die Witterung verloren. Er geht wieder runter. Also man könnte es diese Runde noch schaffen. Ja, könnte man. Ja, könnte man. Ruka. Ging gar nicht. Ach, nur ein Schlüssel. Also ich habe gleich einen fertig. Okay. Ja, hier oben ist einer. Ach, scheiße. Wie komme ich hier wieder runter? Ich würde gerne retten gehen. Ah, okay. Würde ich mal retten gehen. Ich wollte gerade sagen. Hat sich erledigt. Hm. Oh, ich habe die Bodenluke gefunden. Die ist im Haus. Okay. Aber da müssen wir leider noch einen Generator machen. Ich bin an einem dran. Ich weiß, wo ich bin. Ich weiß ganz gewaltig, wo ich bin. Ich weiß ganz gewaltig, wo ich bin. Ich glaube, der ist im Haus. Das ist nicht gut. Mhm. Das Problem ist, ich bin im Haus. Das ist ohne. Oh, der kommt in die Spinde. Das ist weniger. Je in jeden einzelnen. Oh, der ist schon. Scheiße, jetzt geht das wieder. Wo ist er? Wo ist er? Er ist hinter mir, ja. Woher wusste er bitte, dass er da war? In dem Haus? Was war das denn? Ah, er hat seine Attacke voll aufgeladen. Ach, toll. Ich weiß, wo zwei Generatoren sind. Ja, ich bin grad am einen mitten im Maisfeld, aber da ist noch nichts dran gemacht. Das wird jetzt natürlich ein bisschen dauern. Mhm. Ja, scheiße. Scheiße, wo ist er? Oh. Danke. Ist im Haus ein Generator zu für dich? Weißt du was? Ja, oben. Okay. Auf dem Balkon. Ah, okay. So, dann versuche ich ihn mehr zu retten. Ich hing ja bisher nur nicht. Soll ich direkt hier heilen? Ja? Okay. Scheiße. Mhm. Scheiße. Na. Dann ist er wenigstens mit dir beschäftigt. Danke. Ja, ne? Ach, warte mal. Okay, ich doch hier einmal... Ach, scheiße. Geht nicht mehr. Ist er bei dir? Ah, okay. Er ist bei mir. Äh, ne. Jetzt weißt du natürlich, wo ich bin. Oh, hallo. Hallo, Nemi. Senden ihn nicht so. Das macht ihn wütend. Ja, merke ich. Boah, ich hasse mich für mich bei dir selber. Das ist ja eh schon wütend wer, aber... Also wen weiß ich wen sowohl die Luke ist. Wenn alles schief gehen sollte. Wenn ich überleben sollte. Er kommt zurück. Ja, ich weiß. Ich kann mich aber nicht weg, weil der Idiot mich heilt. Er weiß, wo ihr seid. Ja. Gut, er ist auf jeden Fall gleich tot. Du bist gleich tot. Auf spekulierst du doch nur. Na mal. Geht's noch? So ein bisschen. Ich weiß halt, wo die Luft fällt. Ja, ich auch. Ah, hast du sie auch gefunden? Nö. Achso. Achso. Jetzt war ich nur daher gefaselt. Hm. Scheiße. Ich habe eine Petersilie verloren. Etrasilie. Mhm. Ich guck hier wie sonst was. Mensch, da musst ja nur noch du sterben. Den gefallen tue ich dir aber nicht. Ich weiß. Ja, okay. Vielleicht. Vielleicht doch, oder was? Ja. Wahrscheinlich doch. Ja doch. Ja doch. Ja, dann nehme ich hoch, du Penner. Lass mich hier nicht liegen, du Arsch. Okay, er weiß es. Ja, er lässt sich aus dem Grund da liegen, damit ich die Nuke nicht benutzen kann. Ah. Ist wie ein Schuft. Ja, ne? Ja, voll der Penner. Liegst du weit vom Haus entfernt? Nö. Ist er bei dir? Nein. Oh. Aber bei mir. Oder? Was ist er? Läuft hier irgendwo rum? Komm hier runter. Ach Scheiße. Okay. Also ich komme nicht durch die Luca. Ich auch nicht. Wäre ich mal nicht rausgekommen. Hallo. Ich bin da mal weg. Tschüss. Bye, bye. Alter, das sieht aber cool aus weiter ferner. Das freut mich, dass dich mein Tod amüsiert. Nein, er amüsiert mich nicht, aber es sah halt cool aus. Ja, ich weiß, ich habe das hier vorhin auch mal gesehen. Ist auch nicht zu übernehmen. Sind so ein riesen Ding da, was er abtransportiert. Das Problem ist, er geht jetzt an die andere Seite. Immer das Ding zu. Er wartet genau da. Er wartet da. Er wartet da. Wartet da. Du musst es schaffen. Ich weiß. Ey, Meglu kalt alles andere, ey. Ohne Scheiß. Das hast du eigentlich nicht mal verdient. Weißt du das? Ich finde das nicht lustig. Doch, ich schon. Ich habe dafür sogar einen Punkt bekommen. I hate this game. War das der Kinder, der das geschrieben hat? Ohne. Ahne. Ahne. Ich finde den gut. Nein. War das das zweite Mal heute? Durch die Bodenluke. Ja. Freu dich. Tu ich. Tu ich. Ja, gut. So. detention potion. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. »